So und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Part von Dark Souls 3 zusammen mit Verti und dem Finstergeist. Wie war sein Name? Weiß ich nicht. Hab ich vergessen, das ist ein ganzer Part hier. Das ist natürlich wahr. Das ist schon relativ lange her. Ja, mindestens fünf Sekunden. Du musst weiter gehen. Ich dachte, er rennt jetzt zu dir hin, aber da lässt sich ja echt Zeit. Nicht so geil, der rein finstert, ohne dass wir Clouty Clouty sind. Für die ist ja netter. Das ist nicht illegal. Wir müssen mit Dark Souls 3 reden. Jetzt, wo ist der? Hallo? Da ist er ja! Der Sucher der Ausgestoßenen. Bin ich ausgestoßen. Ja, du musst es nicht suchen. Deine Arme, das. Und cool, Moves. Und das komische Komischwert, was ich auch schon auf Plus irgendwas hab. Wahrscheinlich ist es ein anderes, aber. Tritt halt! Ich sehe, der Kontrolle endet nichts am Tritt. Nein. Wobei, bei Dark Souls 1 hab ich ein bisschen besser drauf. Glaubst du, der Dritte ist noch da in Elden Ring? Oh, bitte nicht. Bitte auf einer eigenen Taste. Dann ja. Dann, dann bitte ja. Wahrscheinlich musst du springen zweimal drücken. Ja! Das ist ja auch gar okay. Ich springe zweimal drücken und jedes Mal dann. Ja. Jedes Mal dann, bevor du trittst. Was war's gerade? Alter! Ein guter Ring. Müsst du nicht brauchen, aber ist ein guter Ring. Der Wolfsring. Oh, er hört die Balance. Guck mal, um wie viel unten rechts. Uh, um sieben. Ich glaub, der hab ich sogar ausgerüstet. Wahrscheinlich ist es sogar Prozent. Ich hab keine Ahnung. Weil wenn's Prozent ist, dann ist es richtig gut. Wenden war ja nichts mehr, ne? Ich glaub nicht. Keine Ahnung. Pfff. Pfff. Dann hoppen wir mal hin. Verti bedenkt dir schon mal einen Part-Namen für den letzten Part aus und schreib ihm bei Discord. Okay, ähm. Sprung in dir ins Gesicht! Nicht? Nein. Zxtraining Zxtraining Hey, Lovin ist vorbei. Okay, ich wollt's eigentlich unkommentiert stehen lassen, aber ist okay. Ist okay. Hiii, ich musst du anfangen zu reiben. Ist egal, oder? ich meine ein gesicht passt dazu aber ich habe nicht die stimme von gundi und ich bin die riesige kontil da kann die quanti ja doch grundhilder quanti nicht und die quanti ich versuche rein zu finden ich bin aber echt gut darin ich erschlag sie alle mit dem schwert aber ich weiß nicht was ich oft das sind gegner die mit blitze schmeißen das ist doch zum haare ausreißen schlecht aber nicht schlecht muss ich zugeben muss zugeben hey kumpel hey kumpel ja perfekt dem spring ich gleich ins gesicht und nehme ihm seine sicht dann sterbe ich ganz schnell okay wir müssen das hexten gewand leider ausziehen leute es tut mir leid ich wollte es auch nicht ich wollte es auch nicht gut dass du meinen schlechten reimen übersprochen hast eine der frau gut das wunderschöne rücken knochen ein schöner rücken kann entzücken ein schöner schlauch tut das auch was haben wir denn noch für ein set was ist das da drunter der kaputt haben wir noch mehr ringritter ne hast du noch nicht hörst du so leer wo ich denn zu leer hoch links so soll er oder die er sich schwer da kommt schon voll ins auge aber dann ist das nicht die richtige heim der einzige der ähnliche aussieht stimmt ich stimme ich weiß du hast nicht richtig nicht weil sowohl der wirkommst hat ja also kein zu leer ich könnte magne von meinen anhängerrüstungen tragen oder alle und alle gleichzeitig preis das an die preis das an machen wir das verrücktes petro wo sind die damaschen von dem jetzt kannst du fliegen jetzt siehst du aus wie ein typ von skype ja so eigentlich müsstest du die gegner wocht tot rollen können die da ne ja die da in der stadt aus der wegkommst mit der feld same was ok das waren die seelen leute leute wir müssen zurück wir müssen zurück zum ursprung wir müssen zurück zum ursprung die geflügelte ritterrüstung ist nichts für mich viel besser tschuldigung ich habe wirklich keine lust machst du jetzt ein auf samurai das ist die banditenrüstung die allererste doch fast aber sei denn plan jetzt dass du da irgendwie weiter kommst sprinte runter und dann hoffe ich dass ich da unten irgendwie einen weg findet zum überleben dachte mir dachte mir ich habe von oben einen schlag mitgekriegt ich habe von oben noch einen treffer kassiert und bin dann da gestorben und bin dann tot auf den boden gefallen ich fand es gerade nicht so lustig nicht? nein tatsächlich nicht hat er eigentlich mal einen bezüglich inzwischen gekillt? ah ne da ist er er kippt dich er hat ihn doch gekillt danke 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 das ist echt eine nervige stelle ich habe ihn aber schon geschafft als ich 5 war meine oma hat ihn schon geschafft als ich 5 war ne als sie 5 war als alle 5 waren als der erste mensch auf dem planet 5 war da hat der es schon geschafft ja blind und ohne arme und ohne pc ja das ist schwierig so weiß ich nicht 15.000 bevor küsst es ja das kann klappen und dann bist du oooohh nicht vorbei oja wie war es tot wie schaden macht das? 4000 irgendwas feld also einem anscheinend nach wirklich genau den schaden den die ficher aufbrauchen ja klar du zerstörst ihn ja sein core macht euch der typ sind in der ecke war der schon immer da? nein das ist jetzt in die ecke gestellt dann schämt sich wer hätte es runterfallen sollen danke das habe ich nicht anwesend wenn du fällst oder? naja doch funktioniert ganz gut eigentlich 4.500 schaden also das ist das ist sowas machst du das auch mit der hand? was macht der da im ernst? nein oh warte oh nein ist nicht tot er ist nicht tot hat mir das geklärt wäre aber cool gewesen weil du einfach sein core ja im grunde zerstörst ja das wäre cool gewesen kannst du bitte ein bisschen wieder in die richtung reagent danke schreckt schreckt das sah richtig aus bumm sich teleportieren wie bei animes wenn sie super stark sind und dann sich teleportieren statt zum normal zu bewegen bumm wo hast du das nicht umgewaffen? oh ach komm schon ach komm schon ach komm schon pass doch auf ich dachte ich bin weit genug weg spoiler offensichtlich nicht in der folge gibt es keinen fortschnitt der finstergeist kein fortschnitt den gleichen weg nochmal wie könnte das jetzt nicht der richtige treffer sein? hast du das gesehen? nein das habe ich gesehen was? hängt da eine ecke fest und und schütt da sein lehm drecksviech ich verstehe langsam nicht mehr also beziehungsweise ich habe es noch nicht einmal verstanden A wieso ich meine siehe nicht aufhebe das verstehe ich nicht und B wann ich auf sie drauf springe und das eine plunging attack richtig ist ja ich check das auch nicht also mal das eine mal war ich einen zentimeter daneben einen meter? ja also in in richtigem maß und gewandelt auf jeden fall einen meter daneben auf dem monitor waren es mindestens zwei, drei zentimeter ne würde ich brauchen ein schwert mit der größeren reichweite mhm bei einem bogen das ist ganz schwer aber der reichweite wieviel seelen habe ich eigentlich so? ich brauche sie sowieso für nichts oder das ist schon einmal so groß sind gar nicht mal so viel seelen die ich habe und ich habe ganz viel davon na ich weiß ja nicht vielleicht ist ja das hier größer jetzt eine meterangabe? ich glaube nicht du wirst die Leute nicht benutzen können ne ich werde noch ein bisschen stärker brauchen bisschen bisschen ans sein oder naja nehmen wir beide wolfritter helm, ans sein rüstung, wolfritter hosen, ans sein schuhe sind denn die wolfritter schuhe da ja wow was ist entweder vollen schaden von dem aufladeschlag oder nicht vollen schaden was meinst du? also entweder lässt du zu früh los oder du ziehst halt durch und dann musst du halt je nachdem schaden was ich ein bisschen schade finde ich finde es schöner wenn du wenn es gestaffelt wäre dazwischen ja es ist prozentual höher je nachdem wie du dann laufletzt ja ich muss hier runterspringen ich kann nicht da hinten runterspringen willst du mich verarschen? wenn du trotzdem ist okay beziehungsweise wenn du alles clearest das sind mehr als 10.000 seelen das ist schade das ist schon 10.000 ja sag ich doch wenn du alles clearest ja nicht den gebiet der vielen zeugs da unten liegen nochmal 9000 gleich noch mehr das sehe ich nicht schön wir liegen hier oben so lobe ich mir das immer schon bei der weit bleiben jump 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 ja 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 ich dachte auch das ist ja das war das war das war ein schwert was durch den boden kommen ich hasse das ja warum blocken gegner nicht ab verleihen verleihen natürlich nicht überlegst du auch immer links runter zu springen aber dann denkst du ja klappt nicht ja 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 kein typ stellst du wieder in die ecke was halt mit dem typen alle lassen sich allein da ist das seelengeil glaubst du noch mit der faust um mich nein könntest du mal testen welches schwert stark genug ist ja dieses hier das reicht mir ich meinte wenn du das mit dem reinsteckst dann kommt das fast unten wieder raus kein wunder dass der tot ist natürlich ich würde überhaupt nicht war genau so weit weg wie beim ersten als bei dem letzten mal wo es funktioniert hat ich würde sagen dass das kann jetzt auch gar nicht nicht funktioniert haben weißt du was weiß was wir machen das jetzt richtig aber warte wir müssen den Luther noch mitnehmen ich kann man auch noch titanitbrocken fahren die kann man glaube ich auch noch teuer verkaufen ne ich will auch die magie die stark kann man voll schnell wirken ja ich will nicht unterschätzen die magie so beim letzten war ich noch nicht reingekommen nein 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 das ist die verflugige Wenn du nicht nichts machst, bist du tot. Ach, da ist auch noch einer. Da ist ja eine Verflucherecke. Ja, dann habe ich nicht gesehen, dass da auch noch einer liegt. Da liegen noch zwei. Ich habe mir überlegt gehabt, wieso der mich noch verflucht, während ich schon so entdeckt bin. Ah, Mann. Ich nehme dir echt eine Vollschau, wenn sie runter springen. Ja. Der ist ja sehr offen. Oh, das ist so cool. Oh, schau, das springt hoch. Natürlich. Ja, das ist schon mit die coolsten Gegner, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja, doch. Zumindest aus dem DLC. Ja, doch, sehe ich. Baa! 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 Ich dachte, du musst dich auch von vorne treffen. Was hast du denn noch bekommen? Oh, Rüstungsteile. Oh Gott! Nein, muss ich nicht. Der Typ stellt sich immer mit dem Rücken zur Wand und dann springe ich auf ihn runter und dann treffe ich ihn. Aber eben habe ich gedacht, ich mache einen normalen Angriff, weil ich mir sicher war, dass er sterben wird. Und was bekomme ich? Und was bekomme ich? Das ist, was du die ganze Zeit willst. Ja, mit 120 Schaden. Okay. Ich meine, da war ich zwar schon, aber... Getötete Gegner sind gute Gegner. Okay, gibt es einen Self-State-Mod? Wo ist denn das Bonfire? Kann ich das erreichen? Da ist bald eins, aber ich weiß nicht mehr wo. Weil an der Stelle, wo ich gerade stand, dachte ich mir auch, wo ist das nächste Bonfire und dann kommt es halt nicht. So, du wartest jetzt. Tue ich das. Ich wollte gerade fragen, wie meine Seelen eigentlich lagen, weil ich noch nicht gesehen habe. Aber... Weiß ich nicht. Frag mal den Typen, den gerade gekillt hast. Alter, 86.000 Seelen. Das sind ja nicht viele, ne? 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 Leider nicht. Also es sind schon viele, wenn du sie farmst, ist es... Okay, okay. Wir gucken jetzt noch diese Ecke zu Ende und danach ist der Part vorbei. Mhm. Wie lange geht er denn? 40. Schön. Ich sehe dich. Ich kenne dich. Schau mal nach oben. Äh... Hab ich irgendwas, was ich... Warte. Wie war das? Äh... Ne. Zweihändig nehmen. Zweihändig. Und dann war ein händlichen Bogen benutzt. Nicht so oft. Ist... Was steht dir mit dem gerade nicht? Oh shit! Hä? Was? Hä? Hä? Das? Was war das? Ein Fall ist es? Das ist... Das... Ja, das... Das war... Nein. Nimm die. Nimm die. Na oder der... Oder das? Na, das... Mordlich? Hört mal... Ich... Weißt du wie cool das gewesen wäre? In den Schritt Lass die Zeit Ist okay Ich wollte das nicht mehr Oh ja ist eine Ist okay wenn du deine Zeit brauchst Nehmen sie dir einfach Über dir Bruder was ist los? Hey komm wir können das klären wie echte Männer okay? Da oben ist eine Treppe Und wenn du hoch gehst Komm komm Wenn du da hoch gehst Ja Da unten mal kurz wartest wo du gerade bist Wollte ich sagen springst du vorbei aber nein Warte 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 nicht zu unterstützen nicht zu unterstützen Ich muss dir kurz was zeigen Wir müssen ja nicht alles überstürzen Wir sind wie ein frisches Paar Aber Ich wollte sagen der ist nicht so Tammy wie der andere aber Danke Nein Nein Oh Gott ich Ich fühle mich schlecht dabei das zu machen aber Ich habe keine andere Wahl Ich habe nur noch 10 Estos NURF 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 Blitzschweer Unter dir Was ist das für ein Viech da oben? Mit dem hast du mal geredet Tschüss Oh shit, der kommt zurück Hey Versteck dich Dort Das heißt, die haben einen Blutflecken liegen müssen Ja, ich bin hier ein bisschen untergerutscht Das ist ja schief, also Die kommen auch wieder Ich frage mich, ob du den GVP verstecken könnt Nein Kannst du nicht, dein Ding wird angezeigt Ich bräuchte jetzt wirklich ein Bonfire Ja, das Gefühl kenne ich Genau an der Stelle hat sich das gleiche gefühlt Mhhh, Bonfire Der Plan ist, ich penne den Pod Ich weiß, was Bonfire ist Das ist gut Ja Darf man, wenn ich? Ja, ich Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da Bis dahin und tschüss Tschüss Tschüss